Seid gegrüßt meine Freunde, euer Serdesberg am Start mit einem neuen Video für euch. Wir gehen einen Dungeon erkunden, beziehungsweise ich zeige euch den Weg, wie ihr zum Boss kommt. Das ist einmal Tunnel von Yeluv Anix. Der befindet sich im geheimen Schneegebiet. Wir müssen natürlich vom ersten Schritt aus einmal durch Lyonir, durch die Goldene Hauptstadt und dann, wenn ihr beide Hälfte des Heiligbaumedaillons habt, dann könnt ihr hier rum und dann könnt ihr hier unten im Süden, ich würde mal Richtung Süden sagen, südwestlich, doch ja so südwestlich, da findet ihr dann, sage ich mal, den Eingang. Ja, so. Ihr braucht dafür gar nichts. Ich zeige euch einmal den Laufweg. Ihr kriegt da einmal einen Drachenschmiedestein, es gibt zwei Achter-Dunkelschmiedesteine, normale Schmiedesteine und das Alabasterfürstenschwert könnt ihr hier auch noch kriegen, das ist aber ein anderer Laufweg. Ich zeige euch einfach nur den Laufweg, um die Teleportation, das ihr euch aus dem Dungeon-Porten könnt, zu zeigen. Hier geradeaus ist dann, so gesehen, der Gang dann offen, wenn ihr, oder könnt ihr dann öffnen, wenn ihr da seid. Ich zeige es euch gleich. So, aber wir müssen einmal hier, wir sind von da gekommen, wir müssen einmal hier links runter, so. Dann einmal hier drauf springen, dann nochmal, so. Ich war hier schon, habe mich ein bisschen erkundigt und ich zeige euch jetzt den Weg. Einen Tipp, ihr seht hier die Leichen, da wie den hier, die sind aus Stein. Ich spiele normalerweise hier mit Reduvia. Die haben keinen Schaden bekommen, also ich habe mit einem Hit 80 Schaden gemacht und das ist nicht gerade viel. Ja, auf jeden Fall läuft ihr dann hier einfach geradeaus, geradeaus, geradeaus. So, jetzt der Knackpunkt. Ihr könnt hier jetzt nach unten springen. Ah, da drüben macht einer wachsen. Den holen wir uns gleich. Auf jeden Fall, wenn ihr hier runter springt, könnt ihr dann euch, wir machen mal, dass er mir nicht mehr auf die Nerven geht, so, zapp. Aber wenn ihr hier runter springt und euch da ein bisschen erkundigt, da könnt ihr dann auch das Alabasterfürstenschwert herkriegen. Und da sind auch ein paar Dunkelschmiedesteine und, und, und. Und, ne, wir müssen aber rechts lang, einmal hier drüber, hier vorne an der Leiche liegt auch noch ein Item, was ihr euch einsammeln könnt. Dann laufen wir hier geradeaus. Hier oben, direkt rechts steht ein Mob und hinten an der Treppe, beziehungsweise Leiter steht auch ein Mob. Hier vorne steht noch ein Mob und da hinten auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne. So. Hier kriegt ihr nämlich auch noch einen Zauber. Den muss ich gleich mal gucken, ob ich den wiederfinde. Auf Anhieb. Das können wir ja eigentlich mal jetzt mal währenddessen machen. So. Zauber, Zauber. Nee. Wie ist denn der gottverdammte Zauber denn jetzt? Auf jeden Fall kriegt ihr dann Zauber. So. Mal kurz meine Sachen gelegt, Kappa. So. Zap, zap. Dann laufen wir hier einfach weiter. Hier ist so eine lilande Wolke. Den müsst ihr dann töten. Und wie ihr seht, hier ist die Tür offen. Hier können wir dann einmal die Tür öffnen, um dann das zu machen. Und hier habt ihr auch, ich würde es mal sagen, den Boss kennt ihr, oder solltet ihr kennen, könnt ihr kennen, whatever. Und der droppt euch einen Zauber. Und dann seid ihr mit dieser Dungeon auch schon fertig. Ich habe euch einfach nur den Boss-Weg gezeigt. Und ja, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Like und einen Kommentar da. Oder habt ihr noch andere Dungeons, die ich zeigen soll, beziehungsweise in dem Ray-Throw, wie ihr zum Boss kommt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Joint mir in den Discord-Server. Schaut bei mir mal auf Twitch vorbei, sobald ich meinen Account wieder habe. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch nur das Beste. Macht es gut, euer Sert ist raus und ciao.